Alles klar, ja, das war Pellbo gerade, Kopenhagen Chess Festival, ich glaube 2010, wenn ich mich nicht täusche so. Und wir sitzen jetzt hier auf dem Wellentunnel am Schiff, ein paar Meter vor der Bühne weg, hier zu Gast sind Andrea und Harald. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr auf die Einladung gefolgt seid und auch gerade ein bisschen mal Livemusik gucken könnt und so unter den wenigen. Genau, ich weiß nicht, teilweise, du auf jeden Fall, ich schätze dich mal in Hamburg, auf jeden Fall bekannt wie ein bunter Hund, was die in der Musikszene so angeht. Du bist Geschäftsführerin von Rock City Hamburg, hast Musikwoman Germany ins Leben gerufen, bist Mitbegründerin von Popularmusik, Bundesverband Popularmusik e.V. vom Clubkombinat. Bei der Hanseplatte hattest du die Finger mit drin, dass es die überhaupt auf den Weg geschafft hat, sitzt in einigen Gremien drin und bewegst hier, glaube ich, seit stabil 20 Jahren oder vielleicht ein bisschen länger sogar, hier 20 Jahre in Hamburg, echt viel auf den Weg, bist nebenbei noch Autorin, Kolumnistin, Dozentin, Mutter, also da ist auf jeden Fall richtig viel los bei dir. Schön, dass du hier bist und Harald, ich muss das ein bisschen ablesen tatsächlich, weil wer kann sich das merken? Und Harald, du bist Musikwissenschaftler und Postdoctoral Fellow am International Institute for Critical Studies in Improvisation und bist mit dem aktuellen Buch European Echoes Jazz Experimentalism in Germany 1950-1975 da. Und dein Schwerpunkt ist so, ich lese das so ein bisschen ab, Jazz als globales Phänomen und Musik der afrikanischen Diaspora und gehst ein bisschen raus aus dem eurozentristischen oder US-zentristischen Blick. Und nicht nur das, bist auch selber Saxophonist, Lehrbeauftragte für Jazzgeschichte, Jazzwissenschaften, Keynote-Speaker. Ich glaube, wir haben jetzt so eine knappe halbe Stunde mit einer Unterbrechung von einem schönen Musikarchiv-Ding von der Stugnitz. Wir könnten über einiges reden und ihr habt bestimmt viel zu sagen. Warum seid ihr überhaupt in der Musik unterwegs? Also so, ist das einfach so geworden oder einfach schon von Kleinkind auf, ja, das Herz schlägt für Musik und ich muss da irgendwas machen oder so? Ich frage das mal euch so rein. Ja, also bei mir war es so, ich habe, ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat, was den stärksten Eindruck in mir hinterlassen hat, war Musik von Anfang an. Das ist auch, wenn ich jetzt zurückdenke, sind das Klänge gewesen, musikalische Klänge. Und dem habe ich versucht nachzugehen. Und zuerst durchs Hören von Musik und dann irgendwann der Wunsch, selber ein Instrument zu spielen. Ich habe dann angefangen, Gitarre zu spielen und hatte einen sehr guten Gitarrenlehrer, der mich dann in Kontakt gebracht hat mit, im Grunde mit der Musik der afrikanischen Diaspora, mit Blues, mit brasilianischer Musik, dann irgendwann mit Jazz. Und dann habe ich Leute gehört wie Charlie Parker, wie John Coltrane, Eric Dolphy und dann, das hat mir den Wunsch ausgelöst, Saxophon zu spielen. Und das habe ich dann irgendwann angefangen. Und da bist du auch noch bei, also du bist auch aktiver Musiker auf jeden Fall. Ja. Wie ist das bei dir, Andrea? Ich meine, du ziehst mega viele Fäden in der Musik und hast einen krassen Überblick hier in Hamburg und bald auch in Bremen, habe ich gehört. Genau. Ab nächster Woche. Ach, sehr bald. Genau. Wie ich dazu gekommen bin, also ich bin ein Musikschulen gequältes Kind. Musikschule Zingrebe sagt, glaube ich, den Älteren unter uns noch einiges. Und bin aber mit so Politprotesteltern aufgewachsen, die auch Musik sehr geliebt haben. Und komme eigentlich sozusagen aus dieser Protestecke, schon von klein auf an, und bin deshalb punksozialisiert. Also ganz anders als Harald. Das heißt, habe viel politische Arbeit gemacht, Hafenstraße und so weiter. Und bin dann eben in diesen Goldene-Zitronen-Bereich reingewachsen, also diese ganze Hafenstraßen-Geschichte und eben viel Punk gehört, jahrelang, 15 Jahre Punk. Ich habe mir den Schlager wirklich verdient. Aber ich bin noch ein bisschen davon entfernt, aber ich habe das Gefühl, er naht. Genau. Und insofern komme ich aus dieser Ecke eigentlich und bin eben in Hamburg geboren, aber dann eben bin ich nach Lütchenburg gezogen. Also ich wurde sozusagen als junges Ding aufs Land entführt, da mit Ruhe einkehrt und stieß dort auf 40 Dorfpunks. Und dann nahmen die Sachen so ihren Lauf. Aber Punk ist ja eigentlich quasi schon auch so ein bisschen so die Selbstermächtigung. Ich meine, Punk heißt ja so, du nimmst irgendwo eine Gitarre, einen Schlagzeug, einen Bass her, fängst mal los, prügelst rein und guckst, was rauskommt. Das ist ja nicht so dieser Musikschulenzugang, wo elitärere Eltern ihre Kinder zum Klavier schicken. Total. Das war meine Art von Protest sozusagen. Und das kommt mir jetzt in der politischen Lobbyarbeit für die Popkultur auch entgegen. Ja. Das spielt mir sozusagen in die Hände. Ja. Du warst lange, oder was heißt lange, so zwölf Jahre oder so in Amerika, warst davor, bist auch aus Hamburg, kamst dann zurück. In welchen Zeiten hat sich das abgespielt und was würdest du sagen, hat sich so in der Zwischenzeit irgendwie da so geändert? Ja, ich war zehn Jahre in den USA, habe da studiert, war in New York, habe dort Musikwissenschaft studiert, habe da Promotionen gemacht und dann war ich zwei Jahre in Kanada an dem Institut, was du eben erwähnt hast. Ich bin 2005 nach New York gegangen und bin 2017 aus Kanada nach Hamburg zurückgekommen. Und also insbesondere New York, ich habe sieben Jahre in New York gelebt und New York ist für die Musik, die mich interessiert, wahrscheinlich eine der oder immer noch die aufregendste Stadt. Ja, also du bist auch schon auch Chess to the bone so dann. Ja. Und ich habe mich in einem Umfeld bewegt, wo ich mit ungeheuer interessanten, faszinierenden, inspirierenden Leuten zu tun hatte, sowohl im Rahmen meines Studiums als auch als Musiker, mit denen ich teilweise auch gespielt habe. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich, glaube ich, diese Vitalität und diese, ich glaube, besonders im Hinblick auf die Musik, also New York ist halt bekannt für eine bestimmte Art von Intensität in der Musik, egal welche Musik das ist. Also egal, ob das Velvet Underground ist oder ob das Coltrane ist oder, also ich spreche jetzt über Musik der 60er, aber in der Zeit, in der ich da war, gab es vergleichbare Sachen. Das ist was, was ich in der Form vermisst habe in Hamburg. Und was ich besonders vermisst habe, war, ich bin zurückgekommen und habe gedacht, die Jazz-Szene ist unglaublich Monokultur. Das ist sehr, sehr kartoffelisch im Endeffekt, oder? Ja. Ich bin gerade, Jazz ist ja eigentlich schon auch bekannt für so ein Empowerment, also so, dass ich Leute, also das gemischt wird, dass irgendwie eine sehr schwarze Musik auch findet, ist in Hamburg, weiß nicht, ist das in meiner Wahrnehmung, ich kenne mich aber echt schlecht aus, nicht wirklich so, ne? Es ist, ich würde sagen, es ist nicht mehr wirklich so. Also was stattgefunden hat, ist so eine Umcodierung der Musik, also weg von, ne, von der, von dieser Vorstellung von Jazz als einer afrodiasporischen Musik. Jazz ist eine, ist eine sehr akademische Musik geworden, die institutionell eingebunden ist, an bestimmte Formen von Vermittlung, von Wissen gebunden ist, die aber losgelöst ist von dem größeren Kontext, in dem die Musik entstanden ist. Es wurde hier irgendwie so Hochkultur dann auch so, ne? Also so richtig mit Label, zack. Das ist, ich glaube, das ist gar nicht das Problem, aber das Problem ist, für mich entsteht in dem Moment, wo es losgelöst wird von schwarzer Kultur, also wo diese Trennung stattfindet und wo das auch nicht mehr thematisiert wird in Institutionen, die das lehren, wo es dann nur noch um die Vermittlung geht von bestimmten technischen, handwerklichen Dingen, aber die Musik ist immer mehr als Musik gewesen, die hat immer mehr als Musik gemeint und wenn das nicht thematisiert wird, dann fehlt ein ganz entscheidender Aspekt. Ist das nicht auch allgemein? Ich weiß nicht, Andrea, da hast du auch vielleicht einen Überblick, so ein bisschen, Hamburg ist eine Hafenstadt, seit vielen Jahrhunderten eigentlich so ein Tor zur Welt, es ist hier, also hier ist ein großer Durchzug an sehr vielen verschiedenen Menschen, verschiedener Ethnien und Hintergründe. Die Musikszene hier, hat das richtig, hat das hier viel abgefärbt oder ist das dann, also wie Harald gerade meinte, nicht nur im Jazz, sondern vielleicht generell so ein bisschen so eine Monokultur und auch hat so eine, wie würdest du sagen, was ist hier los als so eine große Stadt? Genau, insgesamt glaube ich, ist es in Hamburg gerade in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, zehn Jahren, roundabout, hat sich das natürlich nochmal verschärft, die ganze Thematik, das Schielen nach dem Markt, das Produzieren nach dem Markt, die fehlenden Freiräume, die fehlenden Experimentierräume, die fehlenden Kollaborationen, die es irgendwie in freieren Räumen eben noch ging. Ich finde, wir haben in Hamburg einen starken sozusagen Belag in dem Bereich polykulturelle Musik durch die Trennung von Kultur und Interkultur, das heißt das Verhaften in Räumen, die funktionalisiert sind und eben nicht in der freien Kunst landen, dann als Artist beispielsweise. Ich selber habe den internationalen Durchlauf, sage ich jetzt mal, in Hamburg musikalisch eigentlich nie so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. In den 80ern war ich noch zu jung, aber ich habe das in meiner Arbeit nie so wahrgenommen. Ich habe immer schon wahrgenommen, dass Hamburg eigentlich eine Stadt ist, wo die Leute, die Musik machen, immer wieder in unterschiedlichen Formationen Musik machen, aber eigentlich der Musik nicht verloren gehen und das ist natürlich auch ein Vorteil auf eine Art, aber es bietet sozusagen für Menschen, die sozusagen andere Impulse da reinbringen, andere kulturelle Hintergründe haben und so weiter, kein wirkliches Reinkommen. Also insofern ist es vergleichsweise statisch und über die Jahre auch so ein bisschen hier und da langweiliger geworden, muss man sagen, weil das Experiment fehlt. Also wenn die Räume wegfallen und die Experimentiermöglichkeiten, wenn das Geld sozusagen für Räume wegfällt und wir stattdessen Themenimmobilien und ähnliches haben, wo die Quadratmeterpreise dann eben weiter größer sind, wo das Kollaborative, das Offene sozusagen gar keinen Platz mehr hat, hat man natürlich dann ein musikalisches Ergebnis, was manchmal ein paar Träume offen lässt. Ja, ist das ja auch generell so ein Zugang, also ich würde es jetzt nicht nur auch von der interkulturellen Ebene sehen, sondern auch von der sozialen oder von der Klassenfrage so her. Ich meine, welche Personen machen welche Musik, wer hat die Gelegenheit als Kind, keine Ahnung, klassische Instrumentierung und auch das Wissen dahinter vermittelt zu bekommen, wo wohnt man? Ist das eine kleine 40 Quadratmeter Bude und wo nichts geht oder sitzt man in Eppendorf und kann Schlagzeug spielen? Ja und die Perspektiven sind ja auch anders. Ist ja für mich viel geiler, kurz mal schnell ein bisschen Hip-Hop zu machen und dann auf einer Spotify-Playlist zu landen. Dafür muss ich kein Instrument spielen. Das heißt, diese Leute gehen uns einfach auch verloren, die wir beispielsweise für den Jazz bräuchten, nämlich die Option zu haben, ein Instrument tatsächlich zu lernen. Also wie bei diesem Jazz-Warrior-Projekt beispielsweise aus London. Also Sachen, die wir hier einfach in der Form gar nicht haben und die auch nicht initiiert werden, schon gar nicht im Jazz. Wenn man ein bisschen zurückschaut, du hast dieses Buch geschrieben über experimentellen Jazz 1950 bis 1975, auch vor allem, was heißt nicht vor allem, aber auch mit einer Perspektive auf Ostdeutschland und Westdeutschland. Wie ist das so, wenn man das in die Zeit schaut? Ich meine, es gibt immer so eine historische Kontinuität von Entwicklungen, die dann weitergeht so. Was lässt sich aus der Zeit so ein bisschen sagen, wie es dann quasi dort losgegangen ist oder was? Hast du da ein paar Moos oder was? Ja, also einige der wichtigen Leute im Hinblick auf experimentellen Jazz in der DDR, Leute wie Joachim Kühn oder Ernst-Ludwig-Petrowski, waren halt Leute, die sozusagen diese Verbindung zu dem schwarzen musikalischen Wissen hergestellt haben, in ihren Lernprozessen und auch in ihrer Musik und die sich sehr gut auskannten und denen es überhaupt nicht darum ging, ganz anders, als es dann später in historischen Narrativen dargestellt wurde, eine Loslösung von dem, was in den USA stattgefunden hat und diese Betonung des Europäischen, sondern sich in Beziehung dazu zu setzen. Und das sind Leute, die haben, Joachim Kühn hat mit Don Cherry gespielt, mit solchen Leuten, Ernst-Ludwig-Petrowski später, war ein großer Fan von Leuten wie Joe Henderson. Als er, das war einer von den Leuten, es gab ja diese Unterscheidung zwischen Leuten, die reisen konnten, die nicht reisen konnten, er durfte reisen, er durfte in den Westen gehen, dann hat er in der Band von George Grunz gespielt, George Grunz hatte so eine All-Star-Band, wo einige der größten Stars waren, Leute wie Lee Konitz, Joe Henderson, die Idole von Lee Konitz, von Petrowski und er saß dann neben denen, hat mit denen zusammen gespielt, hat dann diese Anerkennung gefunden und da hat sehr intensiver Austausch stattgefunden. Und er ist jemand gewesen, der sich eben gerade in den 60er Jahren, also mit der schwarzen Avantgarde der USA, ganz intensiv auseinandergesetzt hat und das hat sein Spiel ganz entscheidend beeinflusst. Und ist das auch verbunden mit einer Politisierung? Ich meine, ich habe auch mal nachgeguckt, bei der Wire war ein Artikel, wo es um die ganze Geschichte geht, wie eben auch Jazz zu einer Politisierung beiträgt, also auch zu einer Radikalisierung, dass man aus seiner weißen Denkblase immer rauskommt und dann merkst du, okay, da ist was. Damals gab es die Black Panther-Bewegung oder so, wo es Anschlüsse gab. War das auch in der ehemaligen DDR dann Potenzial? Genau, das war beispielsweise, es gab Anfang der 70er Jahre eine Riesenkampagne, Solidaritätskampagne für Angela Davis, die zu dem Zeitpunkt inhaftiert war, die, wenn sie verurteilt worden wäre, wahrscheinlich Todesstrafen bekommen hätte. Und es gab in den Schulen, es gab achtjährige Schülerinnen, die Briefe und Bilder und so weiter geschrieben haben, das wurde alles in die USA geschickt und es gab eben musikalische Solidarisierungskundgebung auch. Es gab Konzerte, Ernst Ludwig Petroski war einer von denjenigen, die dort gespielt haben und das hat alles dazu beigetragen letztlich, also der größere Kontext ist ja der globale Kalte Krieg gewesen und Rassismus ist sozusagen die Achillesferse der USA in diesem Kontext gewesen und das hat letztlich dazu beigetragen, dass ein Druck erzeugt wurde, der dazu geführt hat, dass Angela Davis dann auch freigesprochen wurde. Echt auch eine Sache, die ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Solche Dinge stehen in dem Buch von dir, das jetzt gerade rauskommt. Ist auf Englisch nur publiziert worden? Ist auf Englisch, ist auf Englisch, aber es ist nutzerfreundliches Englisch. Nutzerfreundliches Englisch, also da geht meine Empfehlung raus dafür auf jeden Fall. Bevor wir weiter plaudern, ich muss aber gerade leider auf den Zettel schauen, weil ich es vergessen hatte, schauen wir kurz ins Archiv und zwar zu Isabel Sörling-Falwell aus Schweden, Norwegen, die hier in Hamburg 2015 bei uns auf dem Schiff war und da hören wir mal in den Track rein. Viel Spaß dabei! Bis zum Schiff. Musik Musik ард Amen. 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 Ja, zurück, ne? Wir sind zurück hier im Radargespräch mit Andrea und mit Harald. Wir hatten gerade eine kleine Pause, ein bisschen Musik gehört und auch so die Frage, wie es eigentlich so um subkulturelle oder non-mainstream Music geht, im Gegensatz zu da, wo richtig Geld gemacht wird, zu kommerziellen Zwängen, zu ökonomischen Zwängen, das ist auch so schlagwortmäßig Hochkultur, Subkultur, wo geht da was, wie siehst du das, Andrea, in Hamburg, was sind da so die Entwicklungen, Harald meinte, so nach zwölf Jahren hier zurückgekommen. Es gibt ja hier auch so eine Tendenz zur, wie die Arten noch weiter verstettert und wie öffentliche Plätze oder wie auch Clubs oder sonst was verdrängt werden, rausgeschoben werden. Ist das nur ein Gefühl von uns Betreiberinnen und von uns Machern, die da drinstecken oder ist das auch so deine Übersicht, die du hast über Rock City und so? Also das sind so ein bisschen mehrere Themen in einem, glaube ich. Also die Vertreibung, wie du es genannt hast, oder das Schließen oder das Wegfallen von Experimentierräumen, zu denen ich auch die Clubs zähle natürlich, aber auch die Off-Flächen, auch die Festivals und alles, was so dazugehört, sind natürlich bekanntermaßen durch Gentrifizierung jeden Tag bedroht, durch Erhöhung von Mieten und dem Wegfall von Raum einfach. Und wir sind ja hier in einem sehr interessanten Raum oder Gebiet, HafenCity und direkt daran die Stubnitz und wir sehen es hier als Paradebeispiel, als die Stubnitz hier angelegt hat, irgendwie war hier überall noch freie Fläche und man konnte Dezibel erzeugen. Das ist das, was Musik tut und das ist natürlich auch immer das Problem. Also wenn Musik als Lärm wahrgenommen wird, dann fängt für mich da das Problem schon an. Das heißt, wir fallen immer unter das Bundesemissionsschutzgesetz, so wie ihr jetzt hier auch. Wenn dann auf einmal Häuser gebaut werden, die Luftlinie 10 Meter von hier jetzt entfernt sind und die eben ihre 6.000 Euro pro Quadratmeter zahlen und mehr und die natürlich dann Anspruch erheben auf den Luftraum. Die öffentliche Stille. Genau, Anspruch auf die öffentliche Stille und das grassiert natürlich in Hamburg total krass. Und das ist natürlich immer in Städten so, auch Berlin, die Zeit der großen Off-Flächen ist vorbei. Auch da wird das gerade niederschmetternd natürlich erlebt seit Jahren. Aber in Hamburg haben wir das eben schon länger. Wir haben in Hamburg eine Konzentration sozusagen aufs Zentrum, was das Produzieren von Dezibel angeht, weil in den Anrainer-Stadtteilen das schon lange verboten ist und es dadurch natürlich viel weniger gibt. Also wir sind irgendwie, wenn wir zurückblicken, von, ich glaube, Eppendorf nach Eimsbüttel gezogen und dann über St. Georg nach St. Pauli in Anführungsstrichen und in Eppendorf geht gar nichts mehr, also was Dezibel angeht. Oder Winterhude und all diese Stadtteile. Also insofern konzentriert sich das hier sehr und deswegen sind wir auch irgendwie sowas wie so ein gallisches Dorf hier auf St. Pauli, sage ich jetzt mal, oder in Mitte. Und das ist natürlich extrem bedauerlich. Und wir brauchen diese Räumlichkeiten, um neuen Nachwuchs zu produzieren, um Dezibel zu produzieren. Wir wollen das nämlich, für uns ist das ja kein Lärm. Und wenn das wegfällt, fällt ganz vieles andere auch weg. Dazu kommt die komplette Veränderung der Wertschöpfungskette in der Musik. Das ewige nicht nur musizieren, sondern eben sich mit Selbstvermarktung zu beschäftigen. DIY-Vermarktung mit den ganzen Strukturen, die dahinter liegen und so weiter. Das ist wahnsinnig anstrengend, kostet sehr viel Zeit. Gleichzeitig haben wir Ganztagsunterricht in Anführungsstrichen in den Schulen, sodass nicht mehr so viel Zeit ist, um ein Instrument zu lernen, was man eigentlich müsste, um dann in die Wertschöpfungskette einzusteigen. Also es ist natürlich irgendwie so ein multilaterales Problem, was wir hier haben und was in Hamburg immer wieder natürlich auch stark zuschlägt. Und jetzt in Zeiten von Corona merken wir das natürlich super krass. Das interpoliert das ja nur mehr, als das eh schon da war. Genau, jede Krise, da wo es Sting vorher schon gestunken hat, explodiert es jetzt halt so richtig. Und das sehen wir natürlich, die Fassungslosigkeit einer völlig ahnungslosen Bundesregierung, was Kultur überhaupt bedeutet. Also wenn Sinnsuche auf die Kirche appliziert wird und nicht mehr in der Kultur stattfindet, der hat, glaube ich, Kultur nicht verstanden. Oder ist halt echt krass alt. Ja, also das ist schon krass. Ich habe echt gedacht, ich falle vom Stuhl. Ich falle aber täglich vom Stuhl. Ja, ich auch. Insofern haben wir ein Problem sozusagen, was die Vielfalt von Musik angeht. Auch die Vielfalt von Gesellschaft oder im Endeffekt. Genau. Und wir haben eben so fragile Strukturen, dass das, was jetzt wegfällt, unwiederbringlich verloren ist. Das heißt, wir müssen aktiv was tun. Und alle, die jetzt Zeit haben da draußen, weil sie nicht wissen, was sie tun und weil sie nicht können, weil sie nicht arbeiten dürfen, können von mir aus gerne auf die Straße gehen und hier und da mal ein Wort verlieren. Weil die Sichtbarkeit sozusagen von Strukturen ist eben auch total wichtig. Die Festigung von Strukturen ist total wichtig. Und da helfen keine vier Themenimmobilien und eine Kanne Geld mal hier und da. Sondern da muss eben ganzheitlich gedacht werden. Und das, was seit Jahren in Hamburg fehlt, ist im Grunde so eine ganzheitliche Struktur für die Musikszene. Egal, ob sie aus dem Jazz, aus der neuen Musik oder aus der Klassik ist. Auch dieses Kastendenken der GEMA, das können wir auch langsam irgendwie mal, glaube ich, vergessen. Da sind wir ja auch ein ganz witziger Ort dazu. Ich meine, wir haben hier... Genau, ihr zeigt das ja jedem. Hier ist ja keine Musik spezifisch. Man hat so seine Stärken in manchen Bereichen, aber spielt eigentlich alles. Und dazu auch, wenn du das gerade so aufzählst, wie ist das so in der Musikhistorie so, du kennst dich da weit und tief aus. Es gibt immer wieder Zäsuren oder irgendwie Momente, wo ein Neues passiert. Gerade passiert ein Neues. Es war aber auch schon länger im Anrauschen. Wie würdest du das sagen, ist da, wo der Underground... Jazz war ja mal Underground eigentlich so. Und wo ist da... Ist da noch irgendwo das Potenzial zur Kreativität? Oder haben die Leute noch die Möglichkeit, aus ihren Sachzwängen rauszukommen und einfach zu sagen, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt halt hier Mucke und baue irgendwo einen Raum auf oder mache Struktur oder versuche mit anderen Leuten was zu reißen? Weil das steht ja hinter der Musik noch so dazu. Die Politisierung dabei. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr in dieser Hinsicht gibt. Und dass es auch mehr... Ich habe vor einigen Tagen ein Interview gegeben, weil Peter Brötzmann, der ist am Samstag aus der 80 geworden. Da habe ich ein Interview gegeben und da hat mich der Journalist, der das Interview gemacht hat, gefragt, was bleibt von ihm oder so. Obwohl er noch lebt, was bleibt. Und da habe ich einige Sachen aufgezählt. Und eine Sache, über die ich nicht gesprochen habe, aber die in dem Zusammenhang wichtig ist, ist... Eine Sache, die Brötzmann gemacht hat, war... Das reicht nicht zu beklagen, dass die Strukturen nicht so sind, wie man sie gerne hätte, sondern selbst aktiv zu werden und was zu verändern. Also das ist zum Beispiel der erste europäische Jazzmusiker gewesen, der sein eigenes Label hatte. Seine eigenen Platten produziert, seine eigenen Platten vertrieben. Der hat eine Ausbildung als Grafiker gehabt. Der hat die Labels, die Cover selbst gestaltet. Der hat, weil die sozusagen Leute, die Musik gespielt haben wie er, nicht wirklich repräsentiert waren in größeren Jazzfestivals, ein Gegenfestival auf die Beine gestellt, all diese Sachen gemacht. Und dieser Ansatz, ich glaube, das ist was, was wichtig wäre. Oder was vielleicht so ein bisschen fehlt auch. Und wo Leute vielleicht heute auch zu sehr darauf hoffen, dass da Strukturen schon da, sondern geschaffen werden, die ihnen dann dazu verhelfen, bestimmte Dinge zu machen, anstatt die selber umzusetzen. Du meinst damit auch so eine Art Consumer-Haltung zu sagen, okay, da draußen ist das Zeug, wenn ich Bock habe, gehe ich hin. Ansonsten mache ich meinen Privatkram und engagiere mich halt nicht. Genau. Sondern nutze das, wenn ich Lust habe und Laune habe. Ganz genau. Aber ich merke, dass sich das zum Beispiel jetzt nochmal durch Corona ein bisschen verändert hat. Also ich muss nochmal so ein bisschen in die Bresche springen, weil wir auch hier in Hamburg sozusagen Strukturen haben, in denen das so ist. Also Westwerk, Wendenstraße, ihr und so weiter. Es gibt sozusagen diese Mikrokosmen, in denen genau das gemacht wird. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Musiker, die genau das tun. Die versuchen alles selber zu machen, teilweise, weil sie müssen. Natürlich möchte man am liebsten noch, dass das Label kommt, und der Verlag und so weiter und einem hilft. Der Markt gibt das aber fast gar nicht mehr her. Das heißt, viele machen unfassbar viel, kommen aber trotzdem nicht vom Fleck. Also leben einfach im Prekariat mit ihren, wenn es hochkommt, 1.200 Euro laut KSK und sind aber trotzdem unfassbar aktiv in all diesen Strukturen und versuchen ganz viel zu reißen. Aber es gibt halt einen Riesengap zwischen diesen Leuten und der Musikbranche in dem Sinne. Das heißt, eine langfristige Künstlerentwicklung oder die ganzen kleinen Labels, die irgendwie für diese Art von Musik dann wieder eine Plattform bieten, kleine Verlage und so wie beispielsweise jetzt der Wolke Verlag bei Haraldsbruch oder so, die so eine Nische bedienen und es trotzdem machen und sich irgendwie durchschlagen, die gibt es schon noch, aber für die gibt es einfach zu wenig Rückhalt, zu wenig Präsenz, sodass eben auch das Interesse zu wenig nachwächst, in Anführungsstrichen. Und die großen Summen werden eben woanders umgesetzt und das ist eben nicht da. Das war früher auch schon nicht so, aber daraus kann sich so wenig heute entwickeln, was dann tatsächlich Sichtbarkeit erreicht. Da bist ja du quasi in so einer Schaltstelle drin, so einem Übersetzungsprozess von, ich sage jetzt mal ganz plump irgendwie von PolitikerInnen, die keine Ahnung haben, wie das Leben von Musikschaffenden, KünstlerInnen und so weiter aussieht und versuchen klarzumachen, was machen die, was bestimmen die, wo kommt da Geld her, wo kommen da Strukturen her, was kann wie gefördert werden. Wir erleben das jetzt auch gerade mit Corona, also man hat eine Idee, man macht Vorschläge, es geht in Gremien, dann gehen drei, vier, fünf Monate rum, dann irgendwann kommt nachträglich vielleicht das Go und dann kannst du irgendwann mit Geld, ich meine das war ja auch so bei der Gagenförderung, die ihr jetzt von Rock City macht, die Idee war eben wahrscheinlich Februar oder so, März schon bald, März dann und los ging es dann irgendwann Mitte Oktober. Genau, also die Behördenwege sind halt länger, als unser Gehirn so denkt, also wir haben eine Idee, wir wollen die umsetzen und es gibt keine Töpfe, aber man kann jetzt den Musikstadtfonds bis Juni beantragen und kriegt das Geld dann im Oktober. Das ist natürlich für unsere, für popkulturelle Kontexte oder für Musikszene schwer zu verstehen. Trotzdem ist es in Hamburg und auch in Berlin so, dass wir in Berlin Gott sei Dank Klaus Lederer haben und hier Carsten Broster, also dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mit der Politik zu sprechen, mit den Behörden, mit den Senatoren, mit den Staatsrätinnen zu sprechen. Das ist fantastisch, es ist auch super, dass sie sich nicht selbst Konzepte ausdenken und sagen, das machen wir jetzt, das gibt es auch in anderen Bundesländern. Dort gibt es auch genug behördliche Strukturen, die gar kein Interesse hergeben. Also insofern sind wir hier auf einem Niveau, wo ich sage, da kann man anfangen, da können wir anfangen mit zu arbeiten, aber trotzdem sind die Wege zu lang. Kleinteilige Förderstrukturen werden ungerne gemacht, weil sie einfach arbeitsintensiv sind, dann in der Abrechnung und so und zu begreifen, dass ich einfach, wenn ich, keine Ahnung, auf so eine Konzertreihe einfach 5000 Euro raufschmeiße, dann ist man happy. So, das ist schon mal geil. Also, dass es einfach teilweise auch kleinteiligere Förderungen geben muss, das ist ein Nachwuchsprogramm. Es gibt nicht ein einziges Nachwuchsförderungsprogramm, was im Zeichen von Neustadt Kultur oder Corona überhaupt auf die Beine gerufen ist, außer die von Rock City jetzt in Hamburg beispielsweise und auch über die Clubs, aber vom Bund gibt es überhaupt gar nichts. Das heißt, in dem Moment, wo ich Nachwuchs bin und noch nicht zu 100 Prozent oder noch nicht mal zu 50 Prozent vielleicht von der Musik lebe, sondern noch einen Job habe nebenbei, ich will da aber rein, das ist das, was ich machen will, kriege ich keinerlei Förderung zurzeit. Das heißt, die hauen ab und studieren irgendeinen Bullshit. Also, es ist natürlich toll, Jura zu studieren, aber das nützt mir nichts. Ich will die in der Musik haben natürlich. Dafür ist Rock City da und das heißt, wir haben uns extrem viele Hilfs- und Förderprogramme ausgedacht, auch jenseits der Behörde, aber wir sind natürlich tierisch dankbar, dass wir den Gagenfonds haben, dass überhaupt Konzerte gemacht werden können. Wir haben 750.000 Euro gekriegt von der Kulturbehörde, das ist fulminant natürlich. Und dass da alle von partizipieren können, sowohl Nachwuchs als auch Profi, ist natürlich fantastisch. Aber wir brauchen immer Förderprogramme, wo ich mir einfach mal geilen Nudeln für kaufen kann und nicht Betriebskosten abrechnen muss hinterher, sondern dass es tatsächlich Hilfsprogramme ist, dass wir die bei uns halten, also Stipendienprogramme zum Beispiel. Und nicht nur projektgetriebene Programme, sondern dass ich einfach arbeiten kann in dieser Zeit, dass ich diese Dinge, die Harald gerade angesprochen hat, auch machen kann tatsächlich. Und so Festivals wie Papiri Park, was wir ja jetzt gerade hatten, das war fantastisch. Und die müssen dann aber mit der Kulturbehörde über 1.500 Euro reden, monatelang. Das ist aber auch das, wo ich auch nicht ganz mitkomme, in einer geförderten Hochkultur. Da werden ja eher so Millionen gepumpt, also in die großen Häuser des Landes irgendwie so. Also es ist nicht nur hier in Hamburg, sondern generell, da ist ganz viel möglich, so ganz viel Geld. Und auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen in der Corona-Geschichte auch so, wenn man hier dann über Geld redet, kommt das auch so, ja, wir Künstler brauchen auch noch oder wir brauchen noch dies, das. Es gibt ja global riesige Probleme in der ganzen Geschichte so. Aber um auch zurückzukommen, vielleicht so ganz zum Anfang von wegen, warum ihr selber in der Musik gelandet seid, es ist ja auch eine Art von Sprache und Kommunikation, die über die Verbalität, über das gesprochene Wort rausgeht und die uns vielleicht auch als soziale Wesen, das kann man ja auch bei Corona sehen, wie das Leute abfuckt, einfach so. Also mental und sonst auf allen Ebenen. Wenn man, also ein Leben ohne Musik, heißt ja, das ist eigentlich sinnlos, ne? Komplett. Nietzsche, ja. Kann man nie. Ja, oder Wagner hat gesagt, im Kunstwerk werden wir eins sein. Was hat, wie? Wagner hat gesagt, im Kunstwerk werden wir eins sein. Also diese Vorstellung, dass in dem Moment, wo Leute eine ästhetische Erfahrung haben und eine Co-Präsenz haben, in demselben Raum zusammen sind, dass da eine Form von gemeinschaftlicher Erfahrung da ist, die eigentlich so in anderen Bereichen nicht vorhanden ist. Und das lässt sich nicht reproduzieren über, wie gestreamte Konzerte oder so. Nee, never, glaube ich auch nicht. Das ist einfach was anderes. Ich würde das als sehr gelungenes Schlusswort verstehen lassen. Auch als sehr schönes, nachdenkliches auch. Ohne physische Präsenz sind wir ganz schön am Arsch. Ja, Harald, vielen Dank für deine Gedanken und Andrea dir auch. Gerne. ctonex.com Musik Musik Musik